Hallo, der Herdsch kommt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und zwar soll es heute mal um Bushcraft Kleber gehen, den wir heute herstellen möchten. Und zwar sieht das Ganze am Ende so aus und ich würde sagen, wir legen direkt los. So Leute, einmal haben wir hier Harz, welches ich geerntet habe und Kohle vom letzten Lagerfeuer. Zusammen soll das dann später ein Zwei-Komponenten-Kleber ergeben und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit der Herstellung. So Leute, zuerst müssen wir die Kohle, die relativ groß noch ist, zu einem feinen Pulver verarbeiten, damit es dann später in den Kleber kann. Ja, ich würde sagen, wir legen damit direkt los. So Leute, die Kohle ist jetzt fertig, die ist schön klein gemahlen und ich würde sagen, ich gehe jetzt rüber zur Verarbeitung des Harzes. So Leute, hier drin schmelze ich jetzt das Harz. Habe ich letztes Mal auch schon da drin geschmolzen, deswegen hat es schon eine leichte Verfärbung, aber ja, ist ja egal. Ich würde sagen, ich stelle es jetzt mal auf den Gaskocher und dann legen wir los, das Harz zu schmelzen. Ich gebe jetzt einfach mal so ein paar Klumpen Harz hier rein, damit die dann gleich schmelzen können. So Leute, ich habe noch zwei Stöcke geschnitzt, einmal hier einen zum Umrühren gleich, damit das Harz einfach umrühren kann. Und dann noch einen zweiten, wo dann später der Kleber mit aufgewickelt wird. Ich würde sagen, jetzt kann ich den Gaskocher anschmeißen. So Leute, so sieht das Ganze da drin jetzt schon aus. Und ja, ich würde sagen, es ist jetzt geschmolzen, jetzt gebe ich im Verhältnis 1 zu 1 Asche hinzu. Ja, dazu geben. So, wenn die Asche drin ist, einfach ein bisschen umrühren. Dabei immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu heiß wird, weil sonst fängt das Harz an zu brennen und dann gibt es einfach eine Flamme und das Harz verbrennt euch in eurem Behälter. Von daher passt da ein bisschen auf. Ja, dann lasst es kurz warm werden, sodass es eine fertige Masse ist. So sieht das Ganze dann aus. Und dann macht ihr einfach den Kocher aus und lässt es langsam abkühlen. Musik Musik So sieht dann die fertige Masse aus, die ist jetzt noch schön heiß, sie dauert jetzt ein paar Minuten bis sie abgekühlt ist, so lange müssen wir jetzt einfach warten. So Leute, so sieht das Ganze jetzt aus, ist so eine wie Teer aussehende Masse, schwarz, noch sehr flüssig, wird aber relativ schnell jetzt zähflüssig und sobald es zähflüssig wird, können wir hier das Ganze mit dem Stock einsammeln. So Leute, während der Kleber trocknet, erkläre ich euch mal, wie das Ganze funktioniert und zwar ist der Harz quasi der Kleber und die Kohle, die wir hinzugefügt haben, ist dann quasi der Binder bzw. der Stoff, der dafür sorgt, dass das hart bleibt, da Harz ja im Zustand der Raumtemperatur von 20-30 Grad in der Regel schon weich wird. Die Asche sorgt dafür, dass eben die Temperatur höher liegt, bei der es weich wird und somit haben wir einen Kleber, der fest ist bei 30-35 Grad und auch sehr stabil ist und leicht elastisch. Und ja, dafür habe ich mal zum Testen hier mit dem Kleber, den wir gerade hergestellt haben, zwei Stöcke aneinander geklebt, wie ihr seht, die sitzen komplett fest aneinander, ich kann hier auch mal ein bisschen dran drücken, da tut sich kaum was, also damit kann man auf jeden Fall stabile Bindungen herstellen und außerdem ist der Kleber wasserdicht, das bedeutet, ihr könnt damit auch Gefäße oder ähnliches abdichten, um sie für den Transport von Wasser zum Beispiel zu benutzen. So Leute, der Kleber ist jetzt relativ zähflüssig und wir können ihn jetzt mit einem Stock ohne Probleme hier rausholen und darauf sammeln und lagern, so wie ihr das hier jetzt seht, einfach mit einem Stock reingehen, gucken, dass ihr so viel wie möglich rausbekommt und das Ganze lasst ihr dann hier drauf kalt werden und könnt es dann jederzeit mitnehmen und sobald ihr ihn irgendwo braucht, könnt ihr ihn erhitzen und dann benutzen. Um dem Ganzen noch eine Form zu geben, kann man das, wenn er ein bisschen abgekühlt ist, so ein bisschen dagegen fassen und dann zurecht drücken, dann kriegt ihr noch eine rundere Form und ja, ich gehe jetzt einfach mal mit noch einem zweiten Stock rein, um das zum Trockenen zu bringen, damit ich alles rauskriege, was hier drin ist. Und damit wird die Kugel immer größer und ja, dem zweiten Stock gehe ich jetzt immer rein und hole es raus, weil sonst verliere ich es dort drauf immer wieder und deswegen gucke ich, was ich jetzt noch rauskriege, weil es wird jetzt sehr schnell sehr fest, so dass ihr kaum noch was rausbekommt, aber das ist kein Problem, beim nächsten Erhitzen kriegt ihr das wieder ohne Probleme los und könnt es dann wieder probieren rauszuholen. Von daher ist das Ganze nicht ganz so schlimm, wenn man nicht alles rauskriegt. Ja, und am Ende habt ihr dann so eine Kugel, die ihr jetzt nur noch abkühlen lassen müsst und dann euren fertigen, tragbaren Klebstoff habt. So Leute, hier seht ihr jetzt das Endprodukt, zwei Stöcke mit schönem Zwei-Komponenten-Kleber und ja, die kann man jetzt jederzeit verwenden. Wenn ihr Ideen habt, wie ich sie verwenden soll, für was ich sie verwenden soll, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare, vielleicht gibt es dann zu dem einen oder anderen auch mal ein Video und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao!